herzlich willkommen zu einem weiteren let's horror mein name ist schock slay und wir spielen diesmal candles okay dann wäre mal den wald betreten die maus da noch sehen okay so geht's und wir sind hier im wald materne schöne gras-animation okay gut dann gehen wir mal hier weiter nicht dass uns hier wieder der slenderman verfolgt den hätte ich auch keinen bock müssen dann noch lache ich so hier sind die wasser im fluss noch auf er dass er hat das in den augen schattenschrift schutz dieser er wird wenn sie die auge sind die dämon so an ihr die ist die schnuff äh weil ich ja auch bien away your basement generator must have kann ich lesen einer brille aufsetzen habe keine schade zu klein ist aber ich weiß ja natürlich weiß ich immer was ich mache was da steht also jetzt das grobe ist nämlich wir waren nicht da wir waren nicht aber kurz weg diesmal ist lässt man die frau mal kurz alleine zu hause brennt die ganze bude ab dieses andersrum nicht andersrum aber es ist ein bisschen so ähnlich denn wir waren weg der generator ist aus ja mit einmal was ich nicht und es ist stockduster wir müssen kerzen an machen und somit die dämonen zu vertreiben die sich jetzt dort engel mistet haben ja dann ps you won't be getting away made before you're gotten it for a few little in kind of what it is good hier ist eine kerze da willst du machen kerze ok so hallo ok keiner hier so hier da sind das eine kerze ich denke ich muss meinen klick zu dieser stadt von meinem wohnen ok ist abgeschlossen und wir müssen den schlüssel aus dem schlafzimmer holen hier sonst ist eine kerze und von hier kam er weisendete bin ich der feine her der feine herr mag es abartig ok weiter jetzt ist ja hallo greifst du mich an hä verstehe ich ja gar nicht ey was war das denn ey ja es war hat ein dämoni aber auch gerade diesen dämoni sehen halt da die in jedem raum so eine scheiß bärtschäden so weiter jetzt aber gucken wo ob ihr ein dämon ist der rote augen die kürzer so da ist auch da hier ist die küche kühlschrank um ein auge tränt und der weiter ja das spiel bringt mich zum weinen ich hätte auch keinen dämon zu sein die kärze das eine kärze ich will gar nicht hoch dämon dämon nein gut anmachen und wir sind hier im schlafsimmer suchen 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 das ist ja mal irgendwo ein schlüssel dämoni echt der hat wirklich in dem raum hat der ein porträt von sich ach der hat so einen hund oh lucky weißt du ist der hund lucky und lucky look so alter mein auge tränen gerade ich will ja nicht hoch will ich nicht scheiße 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 Alter. Ah! 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 Nein! Der, der, der ist da! Sieht ihr den? Da! Wenn ich Tür hochmache, dann hat der mich gleich. Scheiße. Ah! Komm! Nein! Hey, wie mache ich auf die Tür? Ja, mal. Ey, das war doch gerade schon. Ey! Geh doch mal auf. Hä? Was? Ähm. Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt, ne? Ich habe es gerade verlassen. Oh, man betritt jetzt noch mal den Wald. Ah, jetzt bin ich hier wieder vor dem Haus. Ey, das war gerade so ein Scheiß-Bug. Oh, toll, jetzt kann ich wie alle... Ja, der war da wohl echt gerade scheiße. Ich habe noch nie mal die Tür aufgemacht und dann hat der mich schon angegriffen. Ich stand wirklich nur an der Wand. An der, an der Scheiß-Tür. Wollen wir das nicht wissen, wie wir die machen gehen? Ach, scheiße. Die normalen spielen, ja, schön. Also sind alle Dämonen hier da. Obwohl, das war ja bei meinen zweiten Dämonen, ne? Guck mal, bevor ich da dann gehe, gehe ich mal kurz hier lang. Oh! Da sucht ein Dämon! Ja, warte, warte, warte! Hier, nehm, schmeiß da hin! Wie soll ich denn... Fick dich. Dann sterbe ich auch gleich! Ich probier's. Hier, mach mal hier. So, hier. Kerze kurz anmachen. Damit es überall beleuchtet ist. Nächstens was? Ey, so ein Scheiß, Alter. Ey, nicht, dass der schon wieder da steht. Ne. So. So, du alte Krähe. Fick dich. Hast du verstanden? Gut, er folgt mir. Komm, 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 komm. Ey! Was ist denn das? Da spielst du da Buggy? Hä? Hä? Da war Licht. Der hätte da weg sein müssen. Dann machen wir was denn hier los, Alter. Mein, 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 mein. Das ist doch alles scheiße hier. Alles scheiße, ey. So, ich will hier schnell anmachen, ey. Scheiß Kerzen, ey. Ich kotze mich schon wieder an, ey. Scheiß Amnesia-Style hier, Alter. Legt mich auf. Nein, ich werde kein Amnesia spielen. So, du Scheiß-Dämonen. Fick dich. Du Muschi. Ich lock den jetzt manchmal vor. Mal gucken, was dann passiert. So, du Krähe. Ey. Ha! Oh, wenn so einer immer auf den Ruf kommt, ja, auf den Ruf kommt, ja, da kriegst du mal Gänsehaut. Gut, ich bin hier drin. Und hier ist nix, ne? Super. Super. So, ich kann nicht die Kerzen machen. Ey, dieser Scheiß-Dämon regt mich auf, Alter. Was soll ich denn hier noch machen, Mann? Will der mich verarschen? Komm, jetzt sind wir hier mit. So, warte mal. Ich flüchte gleich, dann. Oh, du. Nein, 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 nein. Wo ist der? ist der tut nicht dass er da an der tür steht er ist tot ja so ist die kerze ja ich hab's geschafft jetzt hier schlüssel Puh, there it is. Now I can get into my killer. Alter, was war denn das denn gerade für ein Scheiß, Mann? Junge, Junge, Junge. Puh, ich kann nicht mehr. Okay, es ist jetzt eigentlich so furchteintregend wie bei Slender oder so. Aber wenn man es selber spielt, ist es immer noch ein bisschen anders. Und ich finde eigentlich, mit Slender hat man eigentlich schon... Oh, Scheiße, da steht ja noch einer. Katze, 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 Katze! Ah! 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 ich sage es gar nicht mehr dazu das ist ja das ist doch unmöglich dieses spiel ja wie geht denn die türe mit einem auf was soll der scheiß du moslem du ja du moslem wenn ihr jetzt nicht die moslems wollte ich wird man so sagen weil schwierig mich auf der geht schnell weg wie soll es denn schaffen alter das geht doch gar nicht meine fresse wir sind dann noch so die muss ich anlocken und dann wirklich gleich nach Prozent und weglofen so leute 4 4 4 4 4 9 Nein! Oh! 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 Uh!